Warum tut es weh, zu verlieren, was einem ja doch nicht gehört hat? Zu stark ist die Wacht der Gewohnheit, hat sie nicht zu viel schon zerstört? Was macht es so schlimm, sich zu trennen? Auch wenn man längst weiß, es ist aus. Zu stark ist die Macht der Gewohnheit, man nimmt nicht so einfach Preis aus. Warum fällt es schwer zu erkennen, was Wirklichkeit ist und was es scheint. Zu stark ist die Macht der Gewohnheit, man fällt auf Sitzzugern herein. Das ist die Macht der Gewohnheit, man fällt auf Sitzzugern. Das ist die Macht der Gewohnheit, man fällt auf Sitzzugern. Das ist die Macht der Gewohnheit, man fällt auf Sitzzugern. Das ist die Macht der Gewohnheit, man fällt auf Sitzzugern.